Wir wollen eine Möglichkeit schaffen, sich legal mit Cannabis zu versorgen. Diese kontrollierte Abgabe soll so funktionieren, dass nicht gewinnorientierte Vereinigungen, von mir aus können sie auch von Cannabis-Clubs sprechen, also nicht gewinnorientierte Vereinigungen mit maximal 500 Mitgliedern, können dann zu Genusszwecken Cannabis-Produkte anbauen, für den Eigenkonsum ausschließlich. Wir werden dann bestimmte Vorgaben machen, was als Eigenbesitz und auch als Bezug über diese Cannabis-Clubs ermöglicht wird. Der Einzelne kann also 25 Gramm Cannabis dort erwerben, pro Monat 50 Gramm, bei den unter 21-Jährigen ist die monatliche Obergrenze bei 30 Gramm. Also zu sehen, es können für den Eigenanbau sieben Samen oder fünf Stecklinge bezogen werden. Der Eigenanbau bleibt erlaubt. Der nicht kommerzielle Eigenanbau durch diese Cannabis-Clubs ist also die Möglichkeit, hier den Schwarzmarkt zurückzudrängen, die Reinheit der Produkte zu gewährleisten, den Jugendschutz also besser zu gewährleisten. In einer zweiten Stufe, in einer zweiten Säule wollen wir dann durch regionale Modellvorhaben das Ganze erweitern und kommerzielle Lieferketten aufbauen. All das wird begleitet werden durch eine konzertierte Aktion der Bundesregierung, um zu erreichen, dass wir in Europa für diese progressive, präventionsorientierte Cannabis-Politik Unterstützer finden. Und diese Unterstützer sollen uns dann helfen, auch in Europa die Cannabis-Politik umzustellen. ...der Kinder und Jugendlichen, gegenzulassen der Gesundheit der Konsumierung...